Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und unserem Talk zum Neverwinter Mod 16. Mit dabei ist natürlich wieder der Smirk. Ja, moin moin. Vielleicht hat er schon was davon gehört, Mod 16, da reden die ganzen Profis und Langzeitspieler schon davon. Aber wir haben uns ja so ein bisschen auf die Einsteiger, die Neulinge, die Newbies in Neverwinterland spezialisiert. Deswegen wollen wir so ein bisschen erklären, was passiert da eigentlich, worum geht es da, was sind die Änderungen im Vergleich zu jetzt. Und wollen das nicht auf dem Pro-Niveau machen, wo man schon über einzelne Skills und irgendwie haut der 3000 mehr Schaden raus oder weniger. Sondern erstmal ganz allgemein, weil ich habe das auch sehr oft im Chat gelesen und auch in der Allianz und der Gilde Fragen gelesen. Mod 16, was ist denn das überhaupt? Mod ist erstmal ein Modul und jedes Update von Neverwinter wird in Modulen gekennzeichnet. Und 16 ist ja schon ziemlich viel. Normalerweise sind es auch immer nur Geschichten oder neue Levels und Karten, die hinzugefügt werden. Oh, die haben auch schon ein paar Sachen inhaltlich geändert. Also ein Modul ist eben mehr als ein Patch oder so, nur ein Update. Das ist schon ein bisschen größer, genau. Das ist schon inhaltlich eine Ergänzung gewesen, jedes Mal. Wir verändern jetzt schon ziemlich viel. Die gesamte Spielmechanik ändert sich jetzt mit diesem Modul 16. Und das ist schon echt viel und auch unübersichtlich. Und da kommen schon ziemlich viele Fragen hoch. Hey, wie geht dies, wie geht das? Und deswegen versuchen wir heute mal in diesem Video ein paar Fragen zu beantworten. Es gibt natürlich auch viel, was Leute schon auf den Test-Servern mal ausprobiert haben. Und was sie sich dann ausgerechnet und überlegt haben. Wir versuchen es mal bei den offiziellen Sachen zu lassen. So ein bisschen unsere Meinung werdet ihr natürlich auch über die Sachen hören. Aber es ist halt nicht der Pro-Guide über Mod 16, sondern wir wollen euch einfach mal so den Überblick verschaffen. Was erwartet euch und wie ist es eigentlich jetzt, damit ihr mal so den Vergleich habt als Einsteiger und Neulinge? Fangen wir mal an mit der Klassenüberarbeitung. Ja, die erste Änderung sind tatsächlich die Namen der Klassen. Und es ist natürlich für jemanden, der gerade anfängt oder schon ein bisschen spielt, auch natürlich eine Änderung. Wenn er jetzt irgendwie hört, der Charakter hieß früher so und heute heißt er so. Aber ich wollte mal einen kleinen Überblick bringen. Also der Glaubenskleriker zum Beispiel, der heute so genannt wird, wird in Zukunft einfach nur Kleriker heißen. Und oder der beschützende Kämpfer, der Kämpfer. Eidgebundener Paladin wird Paladin, Wachsommer Waldläufer, Waldläufer, Trickser, Schurke, Schurke. Vernichtender Hexenmeister, nur Hexenmeister, taktischer Magier, nur Magier. Und ja, der auffälligste Änderung, Zweihandwaffenkämpfer wird Baba. Zweihandkämpfer Baba, genau. Fantastische Anabensänderung, eine wahre Wandlung, würde ich behaupten. Ja, und wie findest du das? Ja, sie haben es kürzer gemacht, das stört mich alles nicht. Ich habe im Prinzip, bei mir ist das, der könnte auch Schnittel, die Widdel, die hier heißen, das wäre mir eigentlich egal, solange man weiß, was sich dahinter verbirgt. Ich finde es halt schon krass, ich erinnere mich auch, du hast mal gesagt, du hast mal einen Zweihandwaffenkämpfer gespielt, fandst du cool, aber einen Baba würdest du nie wählen. Also den Begriff finde ich halt schon ein bisschen schräg im Prinzip. Ich weiß, was Sie meinen, weil das ist halt, der Baba ist so klassischerweise, der in Wut ausbricht und dann als Berserker so stärker wird. Für mich ist ein Baba so ein typischer Conan, der so in Unterhose und seinem großen Schwert irgendwie rumläuft. Der Zweihandkämpfer ist für mich auch schon wieder eher so ein Typ, der Rüstung trägt und schon ein bisschen Ritter ähnlich ist. Aber kommt vielleicht auch ein bisschen aus dem Rollenspielbereich, weil ich auch lange Rollenspiele gespielt habe und da ist natürlich der Zweihandkämpfer was vollkommen anderes als Baba. Ja, aber auch wieder, das ist nur eine Geschmacksfrage. Das hat keine große Auswirkung auf das Spiel, aber eine Änderung. Genau, also mir persönlich ist es echt völlig egal. Schlimmer oder anders finde ich das Thema Talente. Talente. Es gibt jetzt ja so schöne Talente-Reiter in eurem Charakterbogen, wo man viele Talent-Pfade wählen kann, die man dann auch pushen kann. Und diese ganzen Talentbäume und der gesamte Talent-Reiter, den gibt es einfach nicht mehr. Der wird komplett weggenommen. Ja, der wird also einfach eingestampft. Anstatt dieser ganzen Tabs gibt es dann nur noch eine Übersicht, die übersichtlich eure Talente dann aufweist, in denen dann du dann was wählen kannst. Ja, es sind deutlich weniger Talente als vorher. Man hat pro Vorbildfahrt fünf Paare von Talenten und man kann immer nur ein Paar davon auswählen. Also es sind insgesamt, weil es auch auf eine Seite passen muss, halt irgendwie weniger als vorher. Und man kann sich jetzt auch so ein bisschen dann spezialisieren. Jede Klasse hat zwei verschiedene Richtungen jetzt. Also man könnte jetzt als Barbar, ehemals Zweiankämpfer, auch tanken, also als Tank unterwegs sein. Das war vorher nur ganz begnadeten Spielern möglich, sage ich mal. Ansonsten war der einfach der Schadensausteiler oder auch der Kleriker, der bisher nur als Buffer oder als Heiler unterwegs war. Der kann jetzt auch mal richtig Schaden raushauen. Wird als DPS-Klasse sogar gewertet, wenn er so geskillt ist. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist und ob die das mit dem Verteilen dieser Talente auch wirklich richtig hingekriegt haben. Weil man hat weniger und wenn du mich fragst, wird sich schnell herauskristallisieren, welche fünf muss jeder nehmen in seiner Klasse und welche zieht man hoch. Und die anderen bleiben dann genauso liegen wie bei dem Talentbaum vorher, wo man 40 verschiedene oder 60 verschiedene Talente hatte und daraus wählen konnte. Da hat man auch irgendwann gewusst, die Talente nehme ich, die nicht oder so. Das war vielleicht ein bisschen kompliziert, aber man hatte letzten Endes mehr Freiheiten. Ich konnte mehr ausprobieren, wenn ich einfach Marken hatte. Die verschiedenen Bilds, die dann auch nachher im Internet zu lesen waren, die waren auch immer auf verschiedenen Theorien basierend. Die einen haben gesagt, hey, nimm das, die anderen nimm das. Hier kann es durchaus sein, dass es nachher heißt, hey, DPS, also Schadensverursacher, das muss unbedingt dann die Klasse X und die Spezialisierung Y sein, sonst alles andere ist Mist. Und es kann wirklich sein, dass manche Kratterklassen hier wirklich im Hintergrund getreten werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass, ich spiele ja einen Waldläufer, die sagen halt, hey, da wird sich spezialisieren können auf Fernkampf und sich spezialisieren können auf Nahkampf. Fernkampf, Nahkampf, aber ich glaube nicht, dass Fernkampf gut funktionieren wird. Einfach so aus der Historie heraus, aber auch das sind jetzt nur eine Vermutung, wir werden das, das werden wir wirklich erst sehen, wenn das Spiel auf 16 abgegradet worden ist. Aber hey, ich würde es jetzt mal anders formulieren, wenn ihr wirklich neu in Neverwinter seid, es gibt ganz viele, die sagen, ich brauche irgendwie ein Bild, weil bei den ganz vielen Talenten, die es da jetzt so gibt, da weiß ich überhaupt nicht was und ich habe keinen Bock, mich sechs Monate damit zu beschäftigen mit meinem Charakter. Wie mache ich denn das? Das wird alles viel einfacher für euch. Also es gibt nur noch eine Handvoll Talente, die man überhaupt irgendwie wählen kann und da wird es ganz schnell sich herauskristallisieren. Wahrscheinlich braucht man nicht mal einen Guide, ihr lest, was die können und dann wisst ihr automatisch schon, was ihr da nehmen müsst. Also ich glaube, das wird für Einsteiger einfacher. Für Langzeitspieler, glaube ich, ist einfach so der Reiz raus, mehr Bilds auszuprobieren und mal die Kraft auszutauschen und dieses und jenes mal zu machen, meine Meinung. Ja, also ich bin jetzt nie jemand gewesen, der viel ausprobieren musste. Ich habe mir ein Bild angeschaut und gesagt, okay, das passt zu mir und das habe ich dann gemacht. Ich glaube auch, dass es für einen Casual-Gamer, für einen Anfänger oder für jemanden, der jetzt gerade einsteigt, ist das, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass es ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen weniger da ist. Für einen bestehenden Langzeitspieler ist es vielleicht ein bisschen ärgerlich, dass ein paar Sachen verschwunden sind, aber ich glaube, es wird keinen großen Unterschied machen. Oh, mal abwarten. Abwarten. Kraftpunkte, die ihr mit dem Leveln, denn irgendwann gab es auch mal einen Kraftpunkt, den ihr verwenden konntet, um wieder was freizuschalten. Die sind einfach stumpf verschwunden, die braucht ihr gar nicht mehr. Das gibt es nicht mehr, ja. Das ist für den Einsteiger wahrscheinlich egal. Ich finde es auch da nur schade für den Langzeitspieler. Also die haben lange geackert, um alle Kraftpunkte zu haben oder noch schlimmer, die gab es auch mal eine Weile, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, zu kaufen. Also gegen Zen Echtgeld oder später nachher auch natürlich im Auktionshaus. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast da Echtgeld investiert und jetzt sagen die Spieleentwickler, die gibt es nicht mehr. Das finde ich schon. Das gibt es nicht mehr, ja. Was sie eben noch geändert haben, ist das gesamte Tanken und Heilen als Spielmechanik. Wichtigste Änderung da ist, Lebensentzug fällt weg. Was ist die Änderung zu jetzt? Wir haben jetzt jede Menge Lebensentzug. Ja, mit Lebensentzug haue ich einem Gegner einen aus der Nase und füge ihm Schaden zu und bekomme natürlich dann mit Lebensentzug Leben hinzu zu meinem Leben. Also ich heile mich automatisch und diese Mechanik entfällt und somit kann ich mich nicht mehr heilen auf diese Art und Weise und somit müssen andere Mechaniken her und das haben sie halt geändert. Ja, also den Spielmachern war es einfach zu viel. Die Leute mussten sich gar nicht mehr heilen, weil sie alle so viel Lebensentzug, also die High-Level-Spieler hatten, dass sie im Prinzip so durch die Dungeons gerannt sind und ein echter Heiler überhaupt nicht mehr vonnöten war. Ja, und das wollen sie halt jetzt wieder ändern und deswegen geben jetzt Heilung, Paladine, Kleriker und Hexenmeister und den muss man wahrscheinlich auch mitnehmen, weil man sonst nur Tränke nehmen kann und nur ganz, ganz wenige Quellen von Lebensentzug überhaupt noch existieren im Spiel. Ja, ich glaube, das mit den Heidränken wird sogar noch nicht mal funktionieren, weil Heidränke haben ja auch eine Cooldown und du kannst halt nicht immer Kling, Trink, 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 Trink machen. Das geht halt nicht, deswegen brauchst du... Na ja, hoffentlich haust du auch mal irgendjemanden wieder tot zwischendurch, aber okay. Nee, bye. Ja, und das Blocken, also das Tanken und Agroziehen, das funktioniert halt auch ein bisschen anders. Dafür sind jetzt die Paladine, Kämpfer und Barbaren zuständig. Die haben so ein Schild und bisher sind die damit fast unkaputtbar. Ja, jetzt ist der Schild so, dass wenn sie gehauen werden, dann wird der aufgebraucht und wenn der Schild weg ist, dann kriegen sie halt direkt was auf die Mütze. Ja, auch da gibt es wieder eine Cooldown, also bis das wieder da ist und dann kann man es wieder benutzen. Also das ist eine komplette Änderung der Mechanik. Ja, ich spiele ja jetzt so einen Paladin und wenn ich mich dann einmal gepimpt habe, dann habe ich erstmal für eine lange Zeit, das ist zeitgesteuert im Prinzip, wirklich so ein unkaputtbar Schild. Den muss ich zwar auch wieder regenerieren, wenn der ist auf einmal weg und dann muss ich ihn wieder durch bestimmte Taktiken hochziehen. Aber jetzt habe ich ein Schild oder bei dem neuen habe ich dann ein Schild, der sich dann so nach und nach aufbraut, je häufiger ich da geschlagen werde. Und schlimmer finde ich fast, ich spiele auch noch einen Kleriker, erneute Champion im Englischen, der gesalbte Champion im Deutschen. Der ist im Prinzip gar kein Heiler, sondern das ist ein Buffer. Der gibt allen Spielern, die in seiner Gruppe sind, gibt er seine Kraft ab und bufft die, dass die jede Menge mehr austeilen können und unterstützt die bei ihren Kämpfen im Prinzip. Und ein bisschen Heilung natürlich auch, weil er halt im Prinzip ein Kleriker ist, aber dafür ist er eigentlich gar nicht mehr da. Und da weiß ich nicht, ob mir ein reiner Heiler wirklich Spaß macht, der nur heilt, oder ein Kleriker als DPS-Schadensklasse finde ich noch schräger irgendwie. Weil ich kann mir das ganz schwer vorstellen, muss ich verstehen. Ja, ich kann es mir auch schlecht vorstellen, aber ich glaube, es gibt ja auch andere MMOs, wo solche Mechaniken durchaus schon verwendet werden und das auch funktioniert, wo es dann reine Heiler gibt. Ich glaube, es ist schon eine Wandlung. Also jemand, der heute einen Kleriker spielt, wird sich dann auch überlegen, ob er den weiterspielt, weil das eine andere Spielmechanik ist. Ich finde es beim, jetzt nochmal zu meiner persönlichen Meinung, ich finde das mit dem Lebensentzug gar nicht so schlecht, weil ich finde es schon geil, Charakterklassen so aufzuwerten, dass man nicht nur noch Solo laufen kann, sondern dass man durchaus sagt, okay, ich brauche jetzt mal einen Heiler dazu. Ich finde es ein bisschen komisch, dass der Tank, dass der seinen Tank verlieren kann. Dann ist er nämlich hilflos. Also wenn das Schild weg ist beim Tanken, dann ist er nutzlos. Den brauche ich nicht mehr. Dann kannst du in die Ecke stellen. Und das finde ich schon merkwürdig. Ja, ich finde auch die Zusammenstellung der Gruppen, wenn du denn, ob es jetzt zufällig wird, wahrscheinlich noch schlimmer werden. Denn muss ja noch, im Hintergrund wird das wahrscheinlich laufen, abgefragt werden, ist der Kleriker auf DPS geskillt oder ist das ein Heiler? Weil du brauchst in diesen Gruppen, wenn du läufst, wahrscheinlich ja immer noch eine Zusammenstellung von drei Schadensmokel, einen Tank und einen Kleriker, der dich heilt in dem Fall. So, und das muss dann ja noch mehr Abfragen sein. Oder du musst dich abstimmen. Wer heilt denn von uns heute? Der Hexenmeister, der Kleriker oder der Paladin? Und wer nimmt das Tanken? Der Zweihänder oder, also der Barbar, der Kämpfer oder der Paladin? Weiß ich nicht. Also ich finde es noch, muss man wahrscheinlich sehen. Auf PC ist es ja jetzt schon rausgekommen. Mal gucken, wie sich das da so anfühlt. Aber ich glaube auch, momentan so habe ich da für die PS4 noch ein paar Probleme, weil wir schon zumindest in den High-Level-Dungeons, da hast du auch schon genug Probleme gehabt, so die richtigen Gruppen zusammenzustellen. Also ich finde es, hm, schauen wir mal. Also kann ich mir noch ganz schwer vorstellen. Wie gesagt, das ist halt jetzt noch Guessing. Da werden wir sehen, was passiert. Erhöhung der Stufenobergrenze. Yay, jetzt gibt es Stufenobergrenze von 80, nicht mehr 70. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Es gab auch schon mal Erhöhungen von 60 auf 70. Das ist ein normaler Prozess bei MMOs, dass die Stufenobergrenzen erhöht werden. Da mit einher wird dann auch natürlich auch neue Ausrüstung auf den Markt geschmissen und andere Grenzen nach oben geschraubt, sodass man natürlich dann wieder neue Sachen kaufen muss, neue Sachen grinden muss etc. Das ist ein normaler Prozess, aber leider auch immer sehr ärgerlich. Ja, jein. Also der Haken ist sozusagen mal ein bisschen vorgegriffen, wenn man guckt, was auf den Test-Servern da irgendwie läuft, je nachdem, wie viel man spielt. Aber es gab halt Leute, die haben, also schon in zwei Stunden, ich sag mal, hast du einen halben Tag oder vielleicht an drei Abenden, wenn du ein Gelegenheitsspieler bist, hast du die zehn Stufen überschritten. Dann bist du schon 80. Und dann geht das genauso los wie jetzt auch. Du hast denn da deine neue 80er-Ausrüstung, die auch nicht unendlich viel ist, sondern da gibt es halt nur so eine Handvoll Teile und wenn du die zusammen hast, dann hast du es halt so. Also spannend finde ich irgendwie, dass die Verzauberungen auch noch um einen Rang erhöht werden können. Also 14 ist jetzt das Maximum. Wobei, wenn ihr Neulinge seid, dann habt ihr wahrscheinlich noch keine Rang 14-Verzauberung oder Ausrüstung. Die kann man jetzt auf Rang 15 erhöhen und die Reitier-Insignien, die sind jetzt bis jetzt nur episch, die kann man auf legendär dann hochpimpen. Das heißt ganz einfach, auch da werden die Werte alle nur ein bisschen höher gezogen. Also es ist ein ganz normaler Prozess. Es gibt auch eine neue tägliche Begegnungs- und frei verfügbare Kraft dazu, aber das muss man sich wirklich erst mal anschauen. Es ist irgendwie für mich so, bla, ja, macht man oder auch nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Es ist in Anführungsstrichen für die Langzeitspieler vielleicht jetzt noch mal ganz nice, weil sie müssen mal wieder grinden und mal wieder ein bisschen mehr tun, weil sonst hatten sie schon ihre Ausrüstung über lange Zeit und da musst du dann gar nichts mehr machen, außer immer wieder denselben Dungeon-Rennen. Ja, für die Neulinge, ich weiß gar nicht, so schnell sollte man sich wahrscheinlich gar nicht in Undermountain sehen lassen. Also Mod 16 ist ja auch mit einem neuen Inhalt verknüpft und da kriegt man auch nicht auf die Mütze, wenn man noch nicht so richtig gut ist und so richtig stark ist. Also da weiß ich noch nicht mal, ihr seid denn in den normalen Flussviertel unterwegs oder irgendwie im Ring des Grauens und da macht sich das wahrscheinlich noch nicht mal so bemerkbar, weil die 80er-Ausrüstung würde ich ja wahrscheinlich auch nicht kriegen. Naja. Charakterwerte und Mechaniken. Das Wesentliche, warum viele davon sprechen, dass es jetzt Neverwinter 2.0 ist, ist, dass es die ganze Charakterwerte, wie sie bisher funktionieren, aushebelt und komplett neu bewertet. Ja, das ist eine der größten Änderungen am gesamten Mod, dass natürlich jetzt neue Spielmechaniken eingeführt werden, Charakterwerte wegfallen und neu hinzugekommen werden und ja, du hast es eigentlich schon gesagt, dass die Mechanik der Konterwerte ist eingeführt worden. Wie ist es denn jetzt? Also euer Charakter hat bestimmte Werte. Das könnt ihr in dieser Übersicht auch sehen zu eurem Charakter. Der hat eine bestimmte Kraft. Ihr habt so kritische Trefferwerte, Wahrnehmung, Robustheit und so weiter. Und all diese Werte zählen für euch und euren Charakter und sind eigentlich völlig unabhängig von den Gegnern, die zwar irgendwie diese Werte auch haben, aber ihr könnt auch halt, wenn ihr in einem ganz anderen, höheren Niveau unterwegs seid und auf niedrigere Ebenen und Level zurückgeht, einfach die Gegner so plattern, das ist völlig egal. Die zählen eigentlich nur für euch, diese Werte. Und jetzt hat jeder Gegner einen Konterwert zu einem Wert, den ihr besitzt. Das heißt, ihr habt eine entsprechende Trefferpunkte, also Lebenspunkte und der andere hat eine entsprechende Kraft, die eure Trefferpunkte halt überbieten muss, damit er euch niederknüppelt oder ihr mehr Trefferpunkte habt, als seine Kraft, damit ihr überlebt. Oder ihr habt einen bestimmten kritischen Trefferwert und habt der Gegner eine höhere kritische Resistenz, dann kommt ihr mit euren kritischen Treffern da nicht durch. Ja, das ist eigentlich für mich natürlich oder für Katerklassen, die auf Krit gehen oder kritische Trefferwerte gehen, eine der größten Änderungen, weil jetzt plötzlich hat der Gegner eine Resistenz gegen die Krit, den Kritischen Trefferwert und es kann also passieren, dass wenn ich zwar einen sehr hohen kritischen Wert habe, der andere aber auch eine hohe Resistenz dagegen besitzt, ich gar keinen kritischen Trefferschaden mache und das ist komplett neu und das gab es einfach vorher gar nicht und so kann es also wirklich sagen, dass manche eure guten Werte durch gute Resistenzen der Gegner einfach auf Null gelegt werden. Ja, und noch schlimmer ist, die haben halt die eigenen Werte für Krit und so weiter, haben jetzt ein Cap, ein Limit, weiter geht es denn nicht. Bei den Gegnern ist es dann auch so, aber das ist schon so, dass man jetzt genau gucken muss, wie viel Krit brauche ich, wie viel Kraft brauche ich, wie viel Robustheit und so weiter. Also die Hauptcharakterwerte sind nach wie vor noch diese Trefferpunkte Kraft und Krit und Kampfvorteilbonus, Wahrnehmung, Rüstungsdurchdringung, Verteidigung und so weiter. Ihr habt auch noch weiter unterstützende Werte, die gab es vorher auch alle schon. Viel schlimmer ist, dass sie einfach Werte entfernt haben und da war auch ein großer Aufschrei in der Gemeinde, weil erstens haben sie die Erholung wegfallen lassen. Erholung ist dafür da, dass ihr eure Kräfte schneller nutzen könnt. Das heißt, die haben eine Aufladzeit und dementsprechend, je mehr Erholung ihr habt, desto kürzer ist diese Aufladzeit. Die wird einfach verringert dadurch. Und so gab es halt High-End-Spieler, die ihre täglichen und stärksten Angriffe wirklich im Millisekundentakt raushauen konnten, weil die halt extrem gute Erholung hatten. Ja, und das ist eine massive Änderung mal wieder, was bedeutet, dass man diese Kräfte jetzt nur noch seltener einsetzen kann und das heißt, man greift einen normalen Angriff an, man hat ja zwei, also man greift einen normalen Angriffen an und ab und zu kann man so eine tägliche Kraft rauskloppen oder eine andere Kraft, weil diese Erholung jetzt fehlt und das ist natürlich eine Mechanik, die uns eigentlich allen Spaß gemacht hat, die wir schon selber im Winter gespielt haben und jetzt entfällt diese Mechanik, diese Erholung und das ist natürlich für manche Spieler so ein rotes Tuch. Ja, wobei das ab Neueinsteiger oder auch Profi ist, man muss halt wirklich gucken, ist überhaupt noch so ein Flow, so ein Fluss in den ganzen Kampfmechaniken, weil wenn du einmal mit einer täglichen raushauen kannst und dann nur noch deine ganzen Standardattacken machen kannst und ansonsten wieder weglaufen musst, um wieder mal fünf Sekunden rumzukriegen, bis du deine nächste tägliche Kraft raushauen kannst. Ich weiß nicht, ob das noch wirklich so ein Fluss ist im Spiel. Das muss man sich wirklich mal angucken. Also da gibt es auch so und solche Aussagen und je nachdem wieder mal, was man nutzt und wie man spielt. Aber ich glaube, das ist für alle auf jeden Fall eine Umgewöhnung und muss man wirklich gucken, wie so der Fluss ist, nämlich in Verbindung mit dem Wegfall von Lebensentzug. Das heißt, ich muss mich heilen, ich muss warten, bis ich meine Kräfte wieder einsetzen kann, bis ich sie nutzen kann. Das ist schon eine deutliche Änderung zum Spielen von heute. Ja, Rüstungsklasse fällt auch weg. Um ehrlich zu sein, das war immer ein Wert, war immer gut, wenn man die hoch hatte, aber ich habe keinen großen Unterschied gemerkt, wenn sie mal niedriger war. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da nichts dran gemerkt. Ja, also, die wird sicherlich auch irgendwo in der Formel der Schadenskalkulation eine Rolle gespielt haben. Jetzt durch Wegfall wird es einen Ersatz geben beziehungsweise es irgendwie anders laufen. Wie gesagt, es wird irgendwie anders funktionieren. Es wird einfach nur anders sein. Resistenz gegen Bereichstehen und fortwährenden Schaden fällt auch weg. Ja gut, das waren sowieso nervige Schadensarten. Die werden jetzt sofort bemerkbar sein. Das stört mich jetzt nicht weiter. Regeneration ist dieser Wert, wenn man außerhalb des Kampfes ist, wie schnell man wieder zu Atem kommt, hat mich nie gekümmert. Also, den braucht auch keiner, wenn du mich fragst. Ich glaube, dem hat auch keiner nachgeweint irgendwie, oder? Dass sie ja aufgeräumt haben, macht ja Sinn. Nur, wie gesagt, Lebensentzug und Erholung wird sicherlich einige Leuten auf die Säcke gegangen sein. Eine Änderung Gegenstandsstufe und Skalierung. Einer der großen Steine des Anstoßes. Also, Gegenstandsstufe und Skalierung. Was bedeutet das? In dem neuen Mod, in dem Gebiet Andermountain, da wird sozusagen eingeführt, wird Gegenstandsstufe mit Wertungspunkten berechnet. Ziel ist einfach, dass zwei Spieler, die die gleiche Gegenstandsstufe haben, auch ungefähr die gleiche Gesamtstärke aufweisen können, also den gleichen Schaden austeilen und so weiter und so fort, was zugegeben heutzutage nicht der Fall ist. Ja, ein Spieler, der Level 70 und Gegenstandsstufe 10.000 hat, ist nicht gleich wie ein anderer Spieler mit dem gleichen Level und den gleichen Gegenstandsstufe. Das wollen sie jetzt angleichen. Da weiß ich auch noch nicht wirklich, A, ob es funktioniert, B, wie sich das auswirkt. Muss man abwarten. Schlimmer ist die Skalierung, der Stein des Anstoßes. Man wird jetzt einfach auf Gegenstandslevel herabskaliert. Also, es geht immer um Downgrading. Und auch da soll die Änderung, die Stärke von Spielern besser aufeinander anpassen, so dass man, wenn man in Gebieten ist, wo man eigentlich viel zu stark für ist, dass man da runterskaliert wird und mit den Niedriggradigeren, die weniger Gegenstandsstufe haben, gut zusammenspielen können soll. So, nach den Tests auf den Testservern muss man wohl sagen, klappt das wohl nicht so wirklich, aber die Entwickler sind der Meinung, das ist genau richtig, so wie es jetzt ist. Also auch das muss man dann ausprobieren. Für euch bedeutet das ganz einfach nur, dass wenn ihr auf einem oder in einem Gebiet von Gegenstandsstufe 40 unterwegs seid und ja auch das Level 40 habt, kommt da jemand anderes rein, der aussieht, als wäre er Level 40, ist aber wahrscheinlich Level 80 und wird aber eigentlich nicht viel mehr können als ihr, außer dass er vielleicht seine, wenn überhaupt vorhandene Rotation besser beherrscht oder so. Der große Nachteil für Spieler, die schon hochgradiger sind, eine hohe Gegenstandsstufe haben, Gegenstandslevel Leveler haben, ist halt, dass sie gleichgesetzt werden mit Leuten, die gerade anfangen oder Movies und somit fragen die sich natürlich jetzt auch gerade, warum habe ich eigentlich mein ganzes Gier, wieso bin ich eigentlich hochgradig, ich merke das ja gar nicht, ein anderer Spieler, der gerade anfängt, ist genauso gut wie ich. Da gibt es gerade so eine große Sinnfrage in der Community. Ja, wobei, also ich habe schon von ganz vielen gehört, die sagen, also hochgradige High-End-Gamer, die sagen, ich bleibe dann in Undermountain, weil da habe ich meine Gegenstandsstufe und alle meine Werte, so wie sie sind. Genau, ist ja von Gebiet anders, richtig. Das heißt im Prinzip ja, okay, Neulinge bleiben unter sich und die High-End-Leute treffen sich alle in Undermountain, weiß ich nicht, ob das so gewollt ist. Das glaube ich nicht. Da haben sie ja auch versucht, da kommen wir gleich noch zu, warum das nicht so sein sollte, aber prinzipiell, warum soll ich meine Verzauberung auf Level 15 aufwerten, wenn ich in ein anderes Gebiet springe und auf einmal nur noch eine Verzauberung Level 9 habe. Ja. Macht irgendwie keinen Sinn, in Anführungsstrichen. Also warum mache ich mir die Mühe? Denn wenn ich als Hochgradiger nicht in Andermountain unterwegs, brauche ich nie wieder irgendwas hochleveln. Ja, genau. Muss man wahrscheinlich gucken, aber ich habe dann noch so gedanklich meine Probleme und sie haben ja versucht, noch die alten Gebiete für High-Level-Spieler interessant zu machen, da kommen wir aber gleich noch drauf. Lass uns erst mal über Segen reden. Segen. Segen. Ja, verändert. Auch das. Ja, ihr kennt vielleicht Segen, also in den Kampagnen kann man, gibt es dann so ein Bäumchen, wo man halt verschiedene Sachen freischalten kann und dann gibt es auch ganz oft immer einen Ast in diesem Baum, wo es Segen gibt und Segen sind halt Verbesserungen der Charakterwerte oder Spielwerte oder sogar manchmal Spielmechaniken und diese Segen werden sehr geliebt und es ist echt mühselig, manchmal diese auch freizuschalten. Ja, jetzt haben sie es alles vereinheitlicht, auch das wieder ganz übersichtlich. Es sind weniger geworden dadurch, man muss sich nicht mehr durch die Kampagnen hasten, sondern hat eine Übersicht und Segen sind jetzt sozusagen in fünf Stufen unterteilt und wenn man eine Stufe freigeschaltet hat durch eine Mindestmenge an Segenspunkten, die man erspielt hat, kann man die nächste Stufe aufmachen, mit jeder Stufe kriegt man eine neue Option, die man machen kann, kann die auch fünfmal aufwerten und ab Stufe fünf könnt ihr dann nur noch zwei Segen irgendwie nehmen und über Stufe fünf habt ihr den Meister Segen, der euch einen passiven Bonus gewährt. Also auch da haben sie im Prinzip wie auch bei den Talenten weniger jetzt zur Auswahl. Ich glaube auch da wird man ganz schnell wissen, welche sind die für meine Klasse. Also bin ich ein Heiler, ist das relativ deutlich schon zu lesen, was ich brauche, bin ich ein DPSler, werden die Segen wahrscheinlich auch eher so in Kraft und Crit und so weiter gehen. Das glaube ich wird nicht so schwierig sein, sich da durchzubringen. Also Einsteiger freundlicher wieder mal bestimmt, wie bei den Talenten. Ich finde halt wieder schade, weniger Auswahl und weniger Unterscheidung. Alle Spieler werden irgendwie nachher pro Klasse denselben Bild haben, glaube ich. Ja, du kriegst ja diese Segenpunkte in den Kampagnen und dabei ist es vollkommen egal, ob du die Kampagne gerade in anderen Orten oder im Flussviertel gerade gemacht hast. Vorkomm Wumpe, du kriegst einen Segenpunkt und kannst den halt auf den Segentab auf irgendwelche Segen verteilen. Die Segen haben jetzt quasi nichts mehr mit den Kampagnen zu tun, aber nur damit eine Währung erzeugt, die Segenpunkte und diese Währung setzt du halt in die Segen ein und da gibt es halt nicht mehr so viel Auswahl und die Segen sind auch für alle Katerklassen gleich. Es ist vollkommen Wumpe, jeder hat die gleichen Segenauswahl und da wird sich sehr, das hast du ja schon gerade gesagt, sehr schnell herauskristallisieren. Für einen DPSler, für einen Schaden oder für einen Tank oder für einen Heiler gibt es dann wahrscheinlich nur noch einen Pfad durch diese Segen durch, die am sinnvollsten ist. Ja und wahrscheinlich auch selbst als Einsteiger muss man sich nicht lange damit beschäftigen und zack, fertig ist es. Ja, du machst das einfach, aber dann bist du fertig. Es wird zwar einsteigerfreundlich, aber ich finde halt schade, dass so die Auswahl und auch mal ausprobieren, was habe ich mit meinem Trickser mal rumprobiert und alles mögliche immer wieder hin und her gebastelt, um überhaupt mal so einen vernünftigen Bild zu finden, aber okay. Wie findest du es? Ja, ich sag ja, ich finde es ein bisschen, also für Einsteiger finde ich es gut, aber dadurch, dass ich jetzt schon so viel rausprobiert habe und rumprobiert habe und gemerkt habe, dass die wirklich auch was verändern, finde ich schade, dass es jetzt noch so wenig sind und man die dann auch nur so sozusagen entsprechend, dementsprechend auch nur hochleveln kann und nicht mehr so aus einer 100 Sägen irgendwie sich auswählen kann oder so. Ja, also es gibt ja manche MMOs, wo die Charakterbombstrukturen oder die Fähigkeiten, die man da wählen kann, sehr, sehr hoch ist und sehr unübersichtlich. Ich finde es hier tatsächlich gut, dass es übersichtlicher ist. Ich fand das immer kacke, in den verschiedenen Kampagnen die Sägen rauszusuchen. Die Anzahl der Sägen, dass sie geringer ist, okay. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass halt die ganzen witzigen Sachen verschwunden sind. Es gab ja manchmal auch sehr witzige Sägen. Nennen wir mal einen. Und die, das ist halt jetzt weg und das ist halt weniger geworden. Die Auswahlmöglichkeiten sind mega gut. Entschuldigung. Aber es ist okay, ich finde es tatsächlich nicht so schlimm. Okay. Okay. Na dann. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was haben sie gemacht, um alte Kampagnen denn auch für die hochgradigen Spieler ein bisschen interessanter zu machen? Wenn ihr jetzt Neueinsteiger seid, vielleicht nicht so interessant, aber auch da, vielleicht seid ihr Level 40, 50, dann sind die Gegenden, wo ihr Level 30 oder Level 20 wart, ja auch schon älter, sozusagen. Und da kriegt ihr keinen Stufenaufstieg mehr, wenn ihr da hingeht. So, und die werden jetzt umgewandelt in Herausforderungskampagnen. Kacknabe. Diese Kampagnen werden skaliert, also auch da wieder, du wirst downgegradet, um zu gewährleisten, dass du da halt nicht voll overpowered hingehst, als Level 80 in ein Gebiet, wo alle Level 20 sind, sondern dann bist du auch Level 20, hast dementsprechend auch nur niedrigere Ausrüstungswerte und deine ganze Verzauberung, haben weniger Werte, sodass da die Gegner genauso eine Herausforderung sind, als in dem Level 80 Gebiet, wo du sonst unterwegs bist. Bedeutet aber, dass ein guter Spieler nahe nicht mehr durchrennen kann, wie bisher, also das ist die große Änderung, sondern wirklich auch da mal auch eine blutige Nase bekommen kann. Ja, und warum soll er das machen? Weil es drei wöchentliche Quests gibt, die man sich dazu in der Protectors Enclave abholen kann. Und wer diese Quests denn erledigt, der kriegt Währung für die Kampagne, die er wahrscheinlich nicht braucht, wenn er Level 80 ist, weil er hat ja schon alles, außer er will mit der Kampagnenwährung sich noch irgendwas bauen, irgendwie noch einen Schlüssel für eine Kiste oder was weiß ich. Und ein Hildenmedaillon und dieses Medaillon, ähm, das ist die Frage, wie viel braucht man dafür, wie oft muss man es machen, kann man denn gegen verschiedene Gegenstände eintauschen, wie ultimative Verzauberungssteine, Male der Potenz oder so. Das ist nett, aber jetzt nichts, warum ich sage, ich muss jetzt als Level 80 unbedingt wieder ins Flussviertel zurück. Weißt du, was ich meine? Ja, der Sinn erscheint mir irgendwie noch nicht so richtig, äh, sich so offenbaren, weil die Sachen, die ich da bekommen kann, sind jetzt irgendwie lalala. Und, ähm, dafür kann ich ganz tierisch eins auf die Fresse kriegen. Das ist ja irgendwie nicht so witzig. und, äh, ich kann natürlich verstehen, dass sie versuchen, also der Sinn erscheint mir schon klar, warum die das machen, die wollen natürlich die alten Zonen für die alten User nochmal ein bisschen auffrischen, wieder interessant machen, aber das finde ich in dem falschen Weg, ähm, aber das ist auch wieder eine Diskussionsfrage. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut das wird oder wie schlecht. Also das ist nochmal ein großes Fragezeichen bei mir. Also auch da wieder als Einsteiger werdet ihr einfach unter euch sein, weil ihr werdet nicht mal merken, wenn dann Level 80 neben euch kämpft, weil der wird dieselben Probleme haben, in Anführungsstrichen, wie ihr. Der ist halt downgegradet, der kann vielleicht, weil er Rotation hat, Übungen hat, seinen Charakter besser beherrscht, das ein bisschen besser, aber ansonsten hat der erstmal die gleichen Werte wie ihr, weil das Ziel ist ja gleiche Stärke, äh, gleiches Level, also es hat der dasselbe Stärke, selbe Level wie ihr. So, das ist okay. Ja. Ja, aber ich finde es halt für einen, einen hochgradigen okay, es ist ein ultimativer Verzauberstein, ein ultimatives Mal der Präsenz, ja, so what, aber ob das jetzt für mich wirklich der Anreiz ist, das Ding dann irgendwie, äh, jede Woche da irgendwie zu laufen, ich weiß ja nicht. Ich hab von den Ultimativen nicht so viel in der Tasche, also ich hör da schon ganz aufmerksam zu. Ja, aber als, als High-Level-Spieler ganz ehrlich, also ich müsste jetzt bei mir auf der Bank gucken, aber da liegen schon etliche von diesen Steinen rum, also der, weiß nicht, also das ist so, hm, und gerade auch gefährten Aufwertungsmarken als, ja, weiß nicht, also ja, es ist sicherlich okay und die Dinger haben auch einen bestimmten Wert, wobei ich halt auch fürchte, da man jetzt ja alles nochmal eine Stufe höher upgraden kann, werden diese Sachen halt auch irgendwie wieder weniger Wert haben, als sie es jetzt haben. Ja, das ist richtig. So, also die Preise im Auktionshaus werden auch dementsprechend fallen, so, hm, muss man halt gucken. Zusätzlich zu diesen ganz normalen Belohnungen gibt's auch noch, ähm, eine Extra- Belohnung, wenn man sich für eine Bonus-Kampagne entscheidet, das heißt, man nimmt diese wöchentlichen Quests an und sucht sich dann eine Kampagne als Bonus-Kampagne aus. Mhm. Wenn man das denn abgeschlossen hat, diese wöchentlichen Quest, dann gibt es Bonus-Währung für genau diese Kampagne und die Währung der Kampagnen sind für Hochgradiger eigentlich nur noch dafür interessant, um sich irgendwelche Schlüssel zu bauen in den Kampagnen oder um, um mal irgendwelche, manchmal gibt's auch irgendwelche Rüstungsverzauberungen oder sowas, aber so richtig spannend ist die Währung der Kampagne sonst auch nicht. Also... Ja, du wirst ja als Hochgradiger meistens schon diese Kampagne abgeschlossen haben und somit bleibt es also für dich nur noch, äh, sinnhaft, wenn du dann diese, äh, Währung dann in die Schlüssel reinpackst. Wenn's die überhaupt noch gibt, das weiß man ja auch noch nicht, aber... Genau, also das ist so ein Punkt. Also ich finde, die Mechanik ist nicht so fürchterlich schlimm, also äh, ich sehe den Sinn, äh, durchaus Gefährtenaufwertungsmarken zu bekommen, weil das Gefährten-System ist ja auch wieder anders, ähm, oder Verzaugungssteine zu bekommen und so eine andere Quelle dafür zu bekommen, aber als, ähm, die große, äh, Herausforderung, also die große Belohnung ist das für mich nicht, jetzt so irgendwie in so ein alte, in altes Gebiet reinzugehen, tierisch eins auf die Fresse zu bekommen, um nachher einen Verzaugungsstein zu bekommen. All das ist jetzt so, äh, noch ein bisschen unausgewogen, schauen wir mal, wie das funktioniert. Jo, komm, weil du's gerade auch so schön gesagt hast, Gefährtenaufwerten, die Gefährten sind auch komplett überarbeitet worden. Ja, da hab ich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ein bisschen Angst bekommen, ähm, weil das ist ja wirklich, äh, totaler K-Schlag auch und viele ziehen ja ganz, ganz viel daraus, dass sie Gefährten bei sich haben und das funktioniert heute dann, also dann nicht mehr mit Mord 16. Naja, erstmal für alle Einsteiger, ihr wisst ja, ihr habt, ähm, so, so fünf Gefährten dabei und einer ist der, der immer draußen mit euch rumhängt und irgendwas macht und diese Gefährten, die fünf, die ihr auf den Gefährtenplätzen habt, wenn ihr die schon alle freigeschaltet habt, die geben euch auch gewisse Boni und der, der draußen ist, der gibt euch noch ein bisschen mehr über seine ganze Ausrüstung. Da muss man jetzt so sagen, selbst die Boni, die die Gefährten euch geben, sind geändert. Das heißt, den Gefährten gibt's noch, der hat auch noch denselben Namen, aber das, was er euch gewährt als Bonus, das kann erstmal ganz anders sein. Also, damit geht's schon mal los. Ja, es gab zum Beispiel Gefährten, die haben euch Lebensentzug gebracht und da es Lebensentzug nicht mehr gibt, wird's also da schon die erste Änderung geben, aber auch alle, alle, alle die anderen Spielwerte werden sich ein bisschen anpassen und anders aussehen. Ja, aber es gibt auch manche, die haben komplett andere Bedeutungen auf einmal bekommen. Die Gefährten geben ganz andere Sachen, also gewöhnt euch da nicht dran. Genauso wie eure ganzen Kräfte, die ihr nutzt, also eure Talente, die auch irgendwelche Kräfte geben, auch die heißen vielleicht noch so, aber machen ganz anderes. Also, da muss man sich sowieso umgewöhnen. Jetzt gibt es drei Arten von Gefährten, nämlich einen offensiven, defensiven und einen Unterstützungsgefährten. Okay. Jede Charakterklasse hat dann unterschiedliche Anzahl, wie viel offensiv, wie viel defensiv und wie viel Unterstützung da sind und diese Boni, die sind auch in diese drei Arten unterteilt. Das heißt, auch da muss ich mir überlegen, brauche ich offensiv Boni von meinem Gefährten oder eher die defensiven, wahrscheinlich für einen Tank oder bin ich eher der Unterstützer wie so ein Heiler oder so und dementsprechend muss ich versuchen, meine Boni über die Gefährten zusammenzukriegen. Letzten Endes bedeutet das für alle, nicht nur für euch als Einsteiger, wahrscheinlich braucht ihr alle neue Gefährten. Ja, es gibt ja heute, das sieht man ja ganz oft, dass die hochläberigen Spieler ganz auf den gleichen Gefährten dabei haben, weil halt das der beste Gefährt für Schaden aus Teilen zum Beispiel ist und das wird jetzt mit Mord 16 nicht mal so sagen. Das heißt, das Tierchen können wir in die Rente schicken und aber nicht mehr in die Rente, nein, die läuft immer noch mit, weil die haben die Obergrenze von wie viel Gefährten man mit sich rumschletten kann geändert und man kann nämlich unendlich viel mitnehmen. Es ist jetzt so, es läuft jetzt nur noch ein Gefährte mit euch rum und alle anderen Gefährten sind auch in eurem Säckchen und helft euch ein bisschen. Ja, also die besten fünf von jeder Kategorie sozusagen, die geben noch einen Bonus auf das, was euer aktiv gerufener Gefährte ausmacht. Ja. So, aber weiß auch nicht. Also ich habe da nach wie vor noch so meine Probleme mit, muss ich gestehen. Also das war für mich wirklich so ein Schlag ins Gesicht, weil es läuft darauf hinaus, jeder braucht andere Gefährten. Jetzt haben die langen Zeitspieler vielleicht den Vorteil, dass sie noch einen Schrank voll mit Gefährten haben irgendwie. Aber auch da, wenn du mich fragst, wird es doch letzten Endes auf 10, 20 Gefährten rauslaufen, wo jeder sagt, die sind gut. Und auch dann ist der Rest wieder nur nice to have oder toll, dass ich den umsonst gefunden habe, kann ich verkaufen. Aber auch das, das wird jetzt nur einmal umgeschichtet. Das heißt, einmal wird im Auktionshaus und in den Schatztruhen wilde Action sein und danach weiß jeder, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den. Ja, das ist richtig. Also da, glaube ich, gewinnen sie nicht so viel, weil sie, weil einfach das wichtigste, der wichtigste Gefährt dann immer sich klar rauskristallisiert, okay, der ist jetzt der Beste für Schadensverteiler. Den müssen wir jetzt haben als Hauptgefährten und alle anderen Gefährten. Da musst du halt gucken, du musst die so und so hochziehen, die offensive Fähigkeiten haben, die so defensiv und Unterstützung. Und dann hast du es. Also dann ist es ganz klar, da gibt es also weniger Varianz im Spiel, glaube ich, aber irgendwann wird sich schnell rauskristallisieren, was man machen muss. Ja, und wenn ich denn höre, dass die Gefährten jetzt nur noch Gefährten Ausrüstung anlegen können, also nichts mehr mit Ringen oder so, die man sonst selber auch hätte tragen können, dafür sind die Ausrüstungsplätze, das gleicht es für mich wieder so ein bisschen aus jetzt universal, das heißt, man kann halt jede Gefährten Ausrüstung in jeden Platz, also ob es ein Ring ist, ob es eine Halskette ist oder was, das kann man da einfach immer so reinpacken. Dreimal Hut drauf. Keine Vorgabe. Bisher haben die Gefährten halt immer feste Plätze, du brauchst zwei Ringe und einen Talisman oder sowas, das ist jetzt weg, das finde ich gut, aber dafür nur noch Gefährten Ausrüstung, die ist halt nicht so ganz geil wie die Ringe, die man selber auch ausrüsten kann, aber okay. Ja, aber da glaube ich, da wird es wieder neue Gefährten Ausrüstung geben, weil der Bedarf dafür ist. Ja, wir haben ja auch schon gelernt, alle Werte sind downgegradet, also insofern passt das. Okay. Was ich halt erschreckend fand ist, die Gefährten Ausrüstung kann nur eine Runensteine aufnehmen, alle Runensteinplätze sind Bindungsrunensteine. Jetzt muss man vielleicht mal eben ausholen für den Einsteiger. Also ihr habt in der Ausrüstung, in eure, wie auch für den Gefährten, könnt ihr halt so Steinchen reintun. Meistens nehmt ihr Verzauberung und für Gefährten hat sich herauskristallisiert, man nimmt Bindungsrunensteine. Es gibt auch noch ganz viele andere Arten von Steinen, aber alle haben irgendwie gemerkt, das ist ganz geil, weil so ein Runenbindungsstein, der gibt, wenn der Gefährte angreift, dann gibt er euch ein Geschenk und das Geschenk sind bis zu 65 Prozent seiner statistischen Werte für x Sekunden. Das war immer ganz geil, weil es gab auch Gefährten, die greifen ziemlich oft an und dann hat man immer für 30 Sekunden halt x Prozent von seiner, von seinen ganzen gesamten Werten gekriegt. Da hat man also versucht, die Werte des Gefährten hochzuziehen, damit dann diese Bonis dann wieder sich auf den normalen Charakter auswirken und das ist halt der Trick gewesen, hat jeder gemacht, jeder hat diese Bindungsrunensteine genommen, weil das einfach das Beste war, um die Werte des Charakters hochzuziehen. Zweitbest sind die unheimlichen Runensteine, die euch nämlich permanent x Prozent von diesen ganzen Werten eines Gefährten geben. Nur war die Prozentzahl immer niedriger als die von den Bindungsrunensteinen und der, wir erinnern uns, immer wenn der angreift, hat ihr 30 Sekunden lang, das heißt, wenn der in einer Minute nur zweimal angegriffen hat, hat ihr permanent seine Werte bekommen und das waren deutlich mehr als die Werte, die man über so einen unheimlichen Runenstein kriegen konnte. Jetzt funktionieren aber alle Bindungssteine so wie die unheimlichen, das heißt, ihr kriegt permanent x Prozent und leider viel weniger als vorher die Werte eurer Gefährten oder eures gerufenen Gefährten. Da es aber auf alle Spiele gleich wirkt, finde ich jetzt diese Änderung nicht dramatisch. Die ist dramatisch natürlich in den Endwerten, aber da es auf alle wirkt, kann man, ich glaube, damit leben. Es gibt auch noch so einen Umtauschkurs, man kann dann seine Bindungsrunensteine in unheimliche umwandeln und so, da wird auch ein Händler dafür da sein, das ist ganz okay, aber ich muss mir das angucken, ich finde halt insgesamt werden so die gesamten Werte runtergenommen, man kann nicht mehr so oft angreifen, alle Werte werden so ein bisschen reduziert, man kriegt ein Cap rein, alles was gebufft wird, wird auch wieder reduziert, weil das für alle gilt, wirkt es sich zwar für alle gleich aus, aber ich finde es einfach nur persönlich aus einzelner Sicht irgendwie doof, also ist nicht so ganz meins. Ja, gut, dass die Gefährten jetzt auch noch in fünf Kategorien unterteilt werden, interessiert vielleicht auch den Einsteiger nicht so, es gibt Kämpfer, Kreaturen, Anrufer, mystische Wesen und Bestien, so what, kümmert eigentlich keinen, wichtig ist, was geben die mir für Kräfte, was geben die mir für Buffs, für zusätzliche Sachen und da muss man halt wirklich auch wieder gucken, welche Klasse bin ich und was brauche ich da und ich glaube, persönliche Meinung auch wieder da, das wird sich auch wieder auf nur eine Handvoll von irgendwelchen Gefährten rauskristallisieren, die einfach jeder hat nachher. Ja, das ist jetzt natürlich eine einmalige Änderung, es ist auch, ich finde, eine Vereinfachung, aber es wird sich dann auch wieder ganz stark herauskristallisieren, wer dann der beste ist und das war's dann. Es ist schon so ein bisschen Neverwinter 2.0 und ich, also Gesamtmeinung ist so ein bisschen so, ich finde, für Einsteiger habe ich das Gefühl, wird es irgendwie einfacher, wenn man sich für, keine Ahnung, zwei, drei, vielleicht sechs Monate für das Game interessiert, da sich einfach durchkämpft und metzelt, ist das für alle gleich, man sieht nur alle, die auf dem eigenen Niveau sind, wo man unterwegs auch immer ist, hat die gleichen Probleme wie alle anderen letzten Endes und hat dann für ein paar Monate oder auch vielleicht mal Wochen Spaß und ist dann wieder weg. Für Langzeitspieler ist es ein kleiner Schlag ins Gesicht, finde ich. Alles, was man über Jahre sich zusammen erkämpft und gefarmt hat, ist irgendwie mehrheitlich nur noch Schrott wert. Fängt von vorne an, kann natürlich auch ein Reiz sein, wenn man sagt, die Luft war raus, ich habe alles schon gesehen und gehabt und bin der, ich habe alles gehabt, was es in dem Spiel irgendwie gibt und jetzt gibt es wieder Neues, juhu. Aber auch da fürchte ich, wenn man wirklich so schnell Level 80 ist und dann die 80er Ausrüstung ist ja auch jetzt nicht irgendwie 3000 Teile zum Farmen, dann wird das auch relativ schnell so sein. Und ja, die Kämpfe werden länger dauern, auch da ist denn die Frage für uns alle, wie lang dauert denn so ein Kampf? Also sprich, oh, ich spiele mal eben eine halbe Stunde Neverwinter, geht vielleicht nicht mehr, weil ein Kampf schon eine halbe Stunde dauert und ich bin noch nicht mal den Dungeon durch. Das muss man dann tatsächlich mal austesten. Also wenn das Kampfsystem so ist, dann muss man wirklich gucken, wie schnell knüppelt man das alles runter, wie schnell kann man solche Gewölbe, Dungeons, Aufgaben lösen, wie weit kommt man, wenn man Gelegenheitsspieler ist an einem Abend überhaupt. Das muss sich dann aber erst noch zeigen, wenn du mich fragst. Ja, also meiner Meinung nach ist es, finde ich, einen mutigen Schritt, das zu tun, weil es bedeutet, sie werfen, ja, lange, lange Spielmechaniken, die lange, lange, lange optimiert worden sind, komplett weg und jetzt fangen sie wieder an, wieder diese Spielmechaniken also neu aufzubauen und dann werden sie auch an diesen wieder neu, 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 neu optimieren. Da ist ein ganzer Erfahrungswert plötzlich weggeschmissen worden und man muss, also die Entwickler werden dort wieder eine neue Erfahrung machen müssen, ob das jetzt der beste Weg war, ob sie es besser machen können, etc. Außerdem ist es ein mutiger Weg, weil sie halt den, der großen Community eins in die Fresse kloppen, die schon lange mit der anderen heute weg sind. Die ganzen Content Creator, die ganzen Pros, die Videos bauen und in den Gilden helfen, können vielleicht vergraut werden, die dann nicht mehr den Anfänger weiterhelfen. Das ist schwierig, weil so ein Community lädt ja natürlich auch davon, dass nicht nur Anfänger da sind, sondern auch ganz viele andere Leute, die ja die Pros sind und wenn du die Pros vergraust, dann ist das so wie, als würdest du Influencer vergrauen, das ist schlecht für das Marketing, schlecht für das Produkt. Dann auch mutig hinblickt auf, jetzt gerade in dieser Situation, wo auch dieses Jahr sehr viele neue MMOs auf den Markt kommen werden. Da wird sich vielleicht ein Spieler zweimal überlegen, ob er dann darauf ausspringt. Ich glaube aber, jetzt mal ein bisschen Quintessenz, ich finde es schon, dass es ein sehr guter Schritt ist für Anfänger. Ich sehe den Bedarf vielleicht auch für Neverwinter, das zu tun, es einschlägerfreundlich zu machen. Es gibt unglaublich viel Content, das ist natürlich sehr geil für einen Spieler, der gerade anfängt und sagt, ey cool, es gibt so viele coole Sachen, die ich hier angucken kann und es wird alles mit Sprachausgabe, es gibt coole, coole, coole Storys und Kämpfe und Levels und es ist unglaublich viel. Da ist natürlich hinter Level Caps oder Hürden zu verstecken, ist natürlich dann schlecht für den Anfängerspieler und dass wenn der vielleicht besser da reinkommt, ist schon geiler. Das verstehe ich, das zu tun, diese Richtung, aber man muss natürlich auch die Waage halten, dass auch der Pro-Spieler hier nicht komplett vergessen wird. Ich hoffe, dass die Community-Manager das verstanden haben. Es scheint aber gerade so, dass die Pros sich sehr darüber aufregen, dass gerade die Community-Manager nicht auf die Community hören und überhaupt nicht da sind, gar keine Präsenz zeigen, keine Transparenz zeigen und das finde ich ein bisschen, das ist eine schlechte Entscheidung von der Geschäftsführung der Firmen selber. Ich selber freue mich auf Mod 16. Ich bin sehr gespannt. Klar habe ich auch ein bisschen zurückhaltend, gucke ich drauf, was da mit meinem Charakter wird. Ich kann es nur sehen bei anderen MMOs wie World of Warcraft, wo irgendwann der Wunsch nach der Level 1, nach den ersten Versionen von World of Warcraft aufkam und die Leute sich dann ins Spielserver bekommen haben, wo quasi das alte Spiel lief, weil sie nicht mehr das neue haben wollten. Das gibt es bei Neverwinter nicht. Wir müssen jetzt das fressen, was uns vorgeworfen wird und das Neverwinter 2-0, so nennen es viele, ist jetzt einfach, kommt jetzt einfach und das werden wir jetzt einfach schauen, wie das kommt, wie wir damit spielen können, wie wir damit aufsteigen, wie wir damit handhaben. Ja, ob es Spaß macht oder nicht, ich glaube für den Anfänger wird es keinen großen Unterschied machen. Also ich erlebe es zumindest in der Gilde, also nicht alle Pros, aber halt, ich sag mal, die Leute, die länger spielen, gibt es eigentlich zwei Lager. Die einen, die sagen, ich freue mich drauf, weil endlich wieder was Neues und ich kann wieder an meinem Charakter rumbasteln und neue Farmen-Sachen und bisher nicht, nicht nochmal die hier Tube of the Nine Gods irgendwie laufen oder so. Ne, nicht nochmal, nicht schon wieder, weil das glaube ich im Schlaf oder Castle Ravenloft oder sowas da, das Burg Rabenhorst, wie es so schön heißt. Also die, die halt sagen, da freue ich mich drauf und die anderen, die sagen, oh ne, ich habe jetzt so lange gebraucht, um wirklich die Ausrüstung, man könnte jetzt endlich so spielen, wie ich schon immer wollte und alles ausprobieren damit und jetzt soll ich von vorne anfangen, habe ich keinen Bock drauf. Die verkaufen gerade auch all die einen Scheiß im Sinne von Kumpel, gib mir das und her damit und so weiter. Also da will keiner mehr seine ganze Ausrüstung haben und sagt, ich gebe hier auf, kannst du haben. Ja, klar, kann ich verstehen. Es gibt verschiedene Weggründe, das Spiel nicht weiter zu spielen, das verstehe ich. Ich bin ja nun kein Pro-Spieler, also was Häufigkeit angeht, ich spiele das einmal in der Woche, also sehe ich mich eher so als Casual-Gamer, somit sehe ich, wenn ich jetzt neu anfangen würde, das ist nicht so heftig. Ich habe lange gebraucht, meinen Waldi so hochzuziehen und wenn der jetzt total in die Tonne geschmissen werden darf, dann bin ich natürlich auch verärgert, aber wie gesagt, ich werde jetzt erstmal abwarten. Genau, also abwarten und Tee trinken und wir hoffen, wir haben ein klein bisschen Licht ins Dunkel um Mod 16 gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Bis dann. Ciao. Wasser